Ja, willkommen Leute zu unserer kleinen Squat-Routine. Mit dem Programm solltet ihr eure tiefe Kniebeuge verbessern, also eure Squat-Position. Wir werden jetzt in den nächsten 8-10 Minuten verschiedene Positionen in der Kniebeuge machen, verschiedene Positionen, die einerseits die Beweglichkeit, aber andererseits auch die Kraft in der Position verbessern, damit ihr dann zum Beispiel, wenn ihr dann schwere Kniebeuge macht oder einfach nur beweglicher werden wollt, die idealen Voraussetzungen habt, um euer Training dann zu meistern. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir ein Gefällt mir da, schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich habe noch vielen anderen Content, der euch vielleicht auch gefallen könnte. Gebt mir ein Abo und ansonsten viel Spaß im Video. Halfway there. 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Go. 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 3, 2, 1, Rest. 3, 2, 1, Go! Halfway there. 3, 2, 1. Rest. 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, Go! Halfway there. 3, 2, 1. Rest. 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, Go! 1, Go! 3, 2, 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 1, Go! 4, 1, Go! 4, 1, Go! 5, 1, Go! 5, 1, Go! 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, Go! 5, 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 1, Go! 3, 2, 1, Go! 3, 2, 1, Go! Wir haben auch einiges an Muskeln angesteuert in der Position. Das heißt, eure Kraft und eure Beweglichkeit sollte jetzt zumindest aktiviert sein. Verbessern kann man es natürlich nur, wenn man es regelmäßig macht. Also denkt dran die Routine nicht nur einmal zu machen, sondern vielleicht ein oder zweimal die Woche. Wenn es etwas ist, was ihr sogar jeden Tag machen wollt oder sogar machen müsst, dann macht es gerne auch jeden Tag. Jeder wie er möchte. Wenn ihr vielleicht nur ein paar Übungen daraus suchen möchtet, die euch gefallen, dann macht nur ein paar Übungen. Ansonsten könnt ihr es natürlich auch gerne wiederholen. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf den Kanal vorbei. Gebt dem Video auf jeden Fall, gefällt mir. Und ich freue mich, wenn ihr noch ein paar andere Videos schaut oder noch ein paar andere Workouts sogar macht. Haut's rein, Leute.